Wenn du schon mal auf der Suche nach dem perfekten Keyboard gewesen bist, dann bist du wahrscheinlich auch auf Thomann gelandet, hast festgestellt, es gibt hunderte und warst ein bisschen unschlüssig, welches du nehmen sollst. Dieses Video hier soll dir helfen, vielleicht genau das perfekte Keyboard für dich zu finden. Let's go! Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Das Keylab 49 MK3 ist gerade hier im Studio angekommen. Ich will es mit euch auspacken, auf Herz und Nieren testen, natürlich auch nochmal über die Plugins sprechen, die dazukommen und auch überlegen, ob ein Upgrade vom Essential zudem sinnvoll ist oder auch nicht. Das Ganze machen wir jetzt. Wenn du neu hier bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke drückst, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Packen wir das Ding mal aus. Also sehr gut und einigermaßen umweltfreundlich verpackt das Ganze. Wir haben hier an der Seite richtig nices, echtes Holz. Fühlt sich dadurch natürlich sehr wertig an. Die Tasten sind geschützt. Nehmen wir das Ganze hier mal ab. Ah, kriege ich das hin? Ja, das klappt. Und hier die Folie auch. ASMR. On-Off-Switch gibt es hinten auf der Rückseite und dann begrüßt uns dieses Display. Wir haben jetzt hier ein Farbdisplay, was das Ganze nochmal ein bisschen hübscher macht. Wenn wir jetzt hier die Drehregler benutzen, dann wird uns das natürlich angezeigt. Genauso wie mit den Fadern oder hier mit dem Pitchwheel. Im Vergleich zum Essential, wo diese Regler hier ähnlich wie diese Pads waren, haben wir jetzt wirklich Hartplaste-Knöpfe, die auch so unterlegt sind mit Farbe. Und wenn wir die drücken, dann leuchten die auch. Das macht auf jeden Fall nochmal was. Auch hier die sind, wenn ihr das sehen könnt, nochmal so unterleuchtet, dass wir das auch im Dunkeln sehen, was wir da machen. Wie schon beim Essential können wir das Keyboard für die Arturia-Plugins nutzen. Das ist natürlich perfekt integriert und auch für unsere DAW-Steuerung. Dafür haben wir hier dann Stop, Play und Record. Wie das funktioniert, findest du auf dem Kanal hier in dem Video über das Essential. Da habe ich schon mal relativ viel dazu erklärt. Und was hier direkt beim Spielen auffällt, ist, dass diese Tastatur hier im Vergleich zum Essential eine ganz andere Liga ist. Also hier haben wir wirklich sehr, sehr hochwertige Tasten. Im Vergleich dazu ist das Essential ein bisschen leichter und ein bisschen plastikmäßiger. Ob du dieses Spielgefühl brauchst, hängt ein bisschen davon ab, wie du es anwenden willst. Wenn dir ein originales Spielgefühl wichtig ist, dann denke ich, fährst du auf jeden Fall mit dem Keylab richtig gut. Das Essential ist aber für Produktion und für so ein bisschen Ausprobieren wie Kling Chords auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und natürlich auch eine preislich ganz andere Liga. Die Drumpads und die Drehregler sind wie beim Essential sehr, sehr gut gemacht. Man kriegt ein geiles Feedback. Die Drehregler sind ein bisschen schwerer, sodass man nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie nur so Plaste, an dem man rumdreht. Die Wheels genauso fühlen sich sehr gut an. Kann man nicht sagen, extrem gut verarbeitet. Auch hier das Holz an der Seite ist natürlich nochmal ein qualitativer Unterschied im Vergleich zu dem Essential. Und natürlich gibt es eine Menge Software dazu. Im Vergleich zum Essential gibt es hier die Analog Lab Pro Version, was schon wirklich sehr viel wert ist, weil ihr sehr, sehr viele unterschiedliche, gute Sounds da findet. Von Native Instruments kriegt ihr The Gentleman dazu. Ableton Live Light, wer es mag. Melodics und Loop Cloud, kurz Abos. Könnt ihr euch angucken, wenn es was für euch ist. Mini V und Piano V, Augmented Strings und die Plate 140 von Arturia. Also mit dem Mini V und dem Piano seid ihr schon krass aufgestellt. Analog Lab, wie gesagt, dazu und Augmented Strings. Also ihr könnt ab dann eigentlich schon, braucht ihr noch ein paar Drums und dann könnt ihr sehr, sehr viel produzieren. Das Ganze kommt mit USB-C, ist Bass-Powered, kann aber auch mit 12 Volt versorgt werden. Wir haben MIDI-In und MIDI-Out. Wir haben drei Steckplätze für Paddles. Und außerdem gibt es auch diesen Kensington Security Slot. Arturia haben mir das Keyboard zum Testen geschickt. Ich werde für das Video hier aber nicht bezahlt. Das Essential im Vergleich zum Keylab ist schon nochmal ein großer Unterschied. Das Keylab ist wesentlich qualitativer. Man hat gerade, was die Tasten angeht, einfach ein sehr, sehr cooles Spielgefühl wie bei einem richtigen Piano. Das haben wir beim Essential nicht. Dafür ist natürlich auch der Preisunterschied deutlich. Wenn ihr Piano üben wollt oder es lernen wollt, dann würde ich euch empfehlen, das 61er zu nehmen. Also das nochmal größere. Dann könnt ihr auch alle Stücke wahrscheinlich spielen, die da so in eurem Übebuch vorhanden sind. Und auf der Bühne kann ich mir vorstellen, dass das 49 vielleicht reicht, je nachdem, was man da spielt. Wenn du wirklich so ein gutes Spielerlebnis haben willst, dann würde ich auch in dem Fall mit dem Keylab gehen und nicht mit dem Essential. Wenn du aber im verrauchten Producer-Studio in Berlin unterwegs bist, dann denke ich, kannst du auch sehr, sehr gut mit dem Essential leben. Weil so ein paar Keys spielen und ausprobieren, was gut klingt, geht damit auch. Auch hier gibt es natürlich jede Menge Software, die du mit dem Essential nicht bekommst. Das musst du abwägen. Aber du kannst natürlich auch Software einfach online bei Arturia kaufen. Und wo wir gerade beim Kaufen sind, das weiße Keylab mit 49 und 61 Tasten sollte ab jetzt erhältlich sein. 449 beziehungsweise 549 Euro kostet das Ganze in schwarz, sollte im September irgendwann dann auch dazukommen. Wenn du sagst, das Spielgefühl ist dir nicht ganz so wichtig, du willst nur ein zuverlässiges Keyboard im Studio haben, dann guck dir das Essential an. Ein Video dazu findest du hier auf dem Kanal. Der Kanal kostet bei Thomann aktuell 193 Euro. Die Links dazu findest du hier unter dem Video. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn du über diese Videos irgendwas kaufst auf Thomann, dann bekomme ich einen kleinen Prozentsatz davon ab. Und kann hier Strom und alles andere weiter bezahlen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Lass ein Like da, mach die Dinge, die man hier immer machen soll. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.